Erinnert ihr euch noch an dieses Lied? Nach die Robbe machte der deutsche YouTuber Julian Bam auf eine grausame Tradition in Kanada aufmerksam. Ich habe mich gefragt, welche grausamen Traditionen zum Leidwesen der Tiere noch heute im 21. Jahrhundert durchgeführt werden. Und die Liste ist erschreckend lang, also bleibt dran. Karneval Der Karneval in Köln zieht jährlich tausende Besucher an und doch macht er immer wieder negative Schlagzeilen. So auch im Februar 2018, als zwei Zugpferde durchgingen und mehrere Menschen verletzt wurden. Seit diesem Vorfall ist die Debatte um ein Verbot von Pferden wieder aufgeflammt. Rund ein Jahr später forderte die Tierschutzorganisation PETA die Oberbürgermeisterin von Köln auf, Karnevalsumzüge ohne Pferde durchzuführen. Dieser Forderung ist man nicht nachgekommen und doch waren insgesamt weniger Pferde in Köln am Umzug beteiligt. Sicher ist wohl, dass die Tiere in einem Umzug auf ungewohnte Bedingungen wie lauter Musik oder engen Gassen treffen und somit einem enormen Stress ausgesetzt sind. Kommen dann noch fliegende Gegenstände geworfen von ausgelassenen, feiernden und alkoholisierten Menschen hinzu oder Personen, die die Tiere unnötig reizen, so kann das Pferd schnell zur Gefahr für viele Menschen werden. Doch diese Debatte wird sich wohl noch etwas hinziehen. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt und stehe weiterhin für ein Verbot von Pferden im Karneval. Halal Dieser islamische Brauch ist heiß diskutiert. Halal bedeutet so viel wie erlaubt und bezieht sich auf das Fleisch eines Tieres, das vollständig ausgeblutet ist. Nun, das wirkt nun erst einmal für Fleisch als sehr wenig grausam. Doch der eigentliche viel diskutierte Punkt dabei ist, ob man das Tier nun vorher betäubt oder nicht. Grundsätzlich ist eine betäubungslose Schlachtung in Deutschland verboten. Doch wie passt das mit der in unserem Grundgesetz verankerten Religionsfreiheit zusammen? Ob nun erlaubt oder nicht, ich glaube, wir sind uns alle einig. Die Halal-Schlachtung ist grausam und unverhältnismäßig und somit eine der grausamsten Traditionen. Wettbewerb um das dickste Schwein In Taiwan wird noch eine Tradition gelebt, die vor 200 Jahren zu Ehren einer Gottheit entstanden sein soll. Bei diesem Wettbewerb wird das dickste Schwein, das zuvor qualvoll gemästet wurde, eine Gottheit geopfert. Je größer das Schwein, desto mehr Glück für den Eigentümer, so dem Glauben nach. Das schwerste Schwein wog nach Angaben der Veranstalter gut eine Tonne. Über 100.000 Besucher nehmen an dem grausamen Ritual in einem Tempel der Stadt Ximbai teil. Man bemalt die Häute der Schweine erst, anschließend breitet man diese aus und dekoriert sie mit Früchten. Ich bin mir sicher, kein Gott dieser Welt würde diese Tradition gutheißen. Stierkampf Diese Tradition kennt wahrscheinlich jeder. Dieser rituelle Kampf eines sogenannten Toreros gegen einen Stier wird schon seit dem 18. Jahrhundert durchgeführt. Bis heute findet diese Tradition, bis auf ein kurzfristiges Verbot, fast durchgängig in Spanien, Portugal, Südfrankreich und Lateinamerika statt. Beim Stierkampf kämpfte Torero gegen einen Stier, der am Ende des Kampfes getötet wird. Dies bedeutet qualvolles Leid für das erschöpfte Tier. Dass diese Tradition ethisch nicht vertretbar ist, sollte jedem klar sein. Doch ist die Stierkampf-Arena auch heute noch ein Besuchermagnet? Diese Tradition sollte nicht länger durchgeführt werden. Schließlich führt es auch oft zu grausamen Unfällen auf der Seite des Menschen. Wobei ich natürlich wenig Mitleid für diese empfinde. Tierquälerei darf nicht zur Show gemacht werden. San Ferminus In der spanischen Stadt Pamplona werden jedes Jahr vom 6. bis 14. Juli die San Ferminus gefeiert. Dies ist ein Fest zu Ehren des heiligen Firmen. Dabei ist es Tradition täglich 6 Stiere durch die engen Gassen der Stadt zu jagen. Ziel ist die Stierkampf-Arena. In der die Tiere anschließend in einem blutigen sowie leidvollen Kampf getötet werden. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie scheinen die Spanier etwas gegen Stiere zu haben. Jedenfalls bringt dieser Stierlauf die Stadt Pamplona des Öfteren in die Schlagzeilen und lässt dabei die Gemeindekasse klingeln. Diese teilweise nicht nur für die Tiere tödliche Tradition lockt jährlich viele Besucher in die Stadt. Besucher, die entweder von einem Balkon aus das Geschehen beobachten oder selbst unten bei den Stieren mitlaufen. Trotz erbitterter Proteste hält die Stadt weiterhin an dieser grausamen Tradition fest. Die Spanier haben wirklich was an der Waffel. Bedauerlicherweise ist diese Liste so lang, dass sie den Rahmen eines einzigen Videos sprengen würde. Deshalb habe ich sie in zwei Teile aufgeteilt. Nächste Woche Samstag erwartet euch in Teil 2 dann ein brennender Stier, eine Bucht voller Blut und die in diesem Video bereits angesprochene Robbenjagd in Kanada. Schaltet also auch dann um 14 Uhr wieder ein, wenn es heißt Tod und Qual zur Bespaßung, die grausamsten Traditionen Teil 2. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.